Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Habt ihr jetzt nicht gehört, das Geräusch, oder? Oder hat er da etwa gerülpst? Mein Partner, mein Podcast-Partner, der Sebastian, hat sich bemerkbar gemacht. Hallo Sebastian, schön, dass du auch da bist. Ich habe doch ein gutes Mittagessen heute gehabt. Hallo Simon, Mahlzeit, da ist es wieder. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso, schön, dich zu sehen. Was gab es denn zu essen? Auberginen, oh, das hättest du auch gemocht. Auberginen, Tomaten, Parmesan-Auflauf und dazu so ein paar Vollkornnudeln. Das klingt fantastisch, klingt richtig fantastisch. Auberginen, Auberginen hatte ich gestern, ich hatte gestern Abend, hatte ich eine Pizza bestellt. Mit einem Kollegen habe ich ein bisschen getroffen und gequatscht. Und da haben wir uns Pizza bestellt, da war auch Auberginen drauf. Auberginen kann ich immer essen, super lecker. Ja, wenn die nicht so bitter sind, sind die extrem lecker, ja stimmt. Ja, Pizza hatte ich gestern Abend auch. Mit Spinat und Gorgonzola und Knoblauch. Oh, lecker, lecker, lecker. Okay, hier bei Butchi? Nee, nicht bei unserem alten Luigi, sondern ich war am anderen Ende von Lüdenscheid und da bietet es sich an, bei Vesuvio Pizza zu holen, um die Uhrzeit dann. Die machen auch gutes Zeug. Schön, schön. Die Hauptsache, dass es geschmeckt hat. Bei mir gab es zum Mittagessen heute tatsächlich, ich dachte, wir reden mal ein bisschen über das Essen, das ist doch auch gut. Sieht man, wenn man auf Social Media unterwegs ist, da geht es auch immer irgendwie ums Essen häufig. Ja, schon, ja. Guck mal hier, der Burger. Boah. Gönnung. Gönnung, gönn dir. Gönn dir, ist so ein super Wort. Da gab es so lecker Spaghetti, gab es mit so verschiedenen guten Sachen. War halt, ja, keine Ahnung. Das klingt verlockend, mein Lieber. Da war so ein bisschen Tofu drin und richtig gut war das. Lecker. Ja. Lecker, 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 lecker. Ja. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was drin war, aber meine Frau hat das gemacht. Es schmeckt einfach immer gut, wenn die irgendwas macht und von daher sehr gut, sehr gut. Vielleicht rülpst du dich auch noch. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Herzlich willkommen bei Fistrich Göttling Lecker heute. Lecker, 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 lecker. Ja, heute kochen wir aber wieder was anderes zusammen für euch, nämlich eine Rückschau auf die aktuelle, für uns aktuelle Animated Series. Aber bevor wir das machen, Sebastian, wollte ich dich jetzt erstmal einfach fragen, wie es dir so geht, mal abseits von irgendwelchen Essensgeschichten. Mir geht es ganz gut. Ich habe auf der Arbeit eine Woche hinter mir, ich reiße es nur mal so kurz an, dass ich sage, es war ein bisschen herausfordernd und ermüdend und dann ist man auch sehr froh, wenn man am Wochenende angekommen ist. Und am Freitagnachmittag kam ich so aus meinem Einzelbüro-Trakt auch mal raus und da sagt eine Kollegin tatsächlich zu mir, sag mal, hast du gerade geschlafen? Und als sie mich sah, ich sah wohl so aus wie jemand, der gerade so aus dem Bettchen so rausgekrabbelt kommt, fühlte mich auch so. Aber egal. Nee, also mir geht es gut. Ich habe, wir haben heute Sonntag und ich habe schon einen schönen, entspannten Samstag hinter mir. Ja. Und ich bin auch kerngesund, Simon. Du bist ja schon wieder so ein bisschen am Schniefen und Schnäufen oder wie geht es dir? Das ist halt, ja, das ist, ich hatte, ich war beruflich unterwegs die Woche, da bin ich viel Zug gefahren und meine Frau war jetzt auch ein bisschen krank. Und irgendwie versucht sich da wieder gerade etwas in mir einzunisten. Aber ich kämpfe dagegen. Also mir geht es gut. Ich fühle mich gut. Ich habe nur ein bisschen rauen Hals. Kennst du das, wenn das so langsam losgeht? Aber das habe ich schon seit drei Tagen. Und von daher hoffe ich, dass es jetzt einfach weniger wird. Es fühlt sich heute irgendwie besser an als gestern. Also ich bin auf einem guten Weg. Ich habe ja mein Immunsystem in den letzten Wochen beileibe genug trainiert. Ja, also eigentlich kann mich da jetzt nichts mehr schocken. Und von daher hoffe ich mal, dass ich da jetzt nicht nochmal krank bin oder sowas. Fühle mich auch viel zu gut dafür. Nur ein bisschen heiser höre ich mich halt an, glaube ich. Kann sein, dass das dann manchmal Richtung Nase, bei mir habe ich das immer, das wandert Richtung Nase. Ich habe einen Kratzen im Hals, drei, vier Tage. Dann habe ich drei, vier Tage, muss ich Nase putzen immer. und dann hört das langsam auf. So, ganz komischer Verlauf irgendwie. Ja. Na gut. Egal. Aber wir sind ja schon wieder so alte Männer. Wir reden ständig über unsere Wehwehchen. Aber letzte Woche schon dachte ich mir das so, mein Gott, sind wir langsam alt? Ja. Früher hätten wir uns nicht aufgehalten mit Krankheiten oder so. Aber verdammte Hacke. Ich glaube, wenn da irgendwann mal die 40 vorne steht, da ist das jetzt eigentlich so. So, da muss man halt mit leben. Hauptsache, man ist gesund. So, mein Junge. Ja. Was machen wir hier überhaupt? Wir husten rum. Ja, genau. Ich habe den Leuten vor ein paar Wochen mal erzählt, als wir über die Folge The Amber Gree Element, die uns beide sehr geärgert hat, habe ich erzählt davon, dass ich mir die Serie Man from Atlantis mit Patrick Duffy geordert habe, weil die mich daran erinnert hat und ich wollte das nochmal gucken und ich wurde jetzt zweimal darauf angesprochen, hast du es jetzt geguckt? Wie war es denn? Erzähl mal im Podcast. Und dann mache ich das jetzt mal ganz kurz. Ich habe das angeschaltet und dann waren im Vorspann die Namen Herb Solo und Bob Justman und Mark Daniels. Alles so Star Trek Recken aus der Urserie. Das hat mir schon ein gutes Gefühl gemacht. Und dann habe ich einen spannenden Pilotfilm gesehen und einen Top Antagonisten gab es da drin. Kennst du noch Victor Buono, Simon? Simon? Nein. Victor wie? Bruno? Victor Buono. Bruno. Vielleicht kenne ich ihn, wenn ich mir das ansehe, wie der aussieht. King Tut in der 66er Batman Serie. Ach, natürlich. Ja, tolles Gesicht. Ja. Tolles Gesicht. Super Typ. Das hat mir viel Freude gemacht. Dann habe ich den zweiten Fernsehfilm gesehen. Ach, und das war so ein 45 Minuten Drehbuch, das sie auf 97 Minuten gestreckt hatten. Das war ein bisschen lahmer als der Pilotfilm. Aber ich bleibe dran. Ich gucke weiter. Ich will jetzt nicht jede Woche darüber erzählen. Werde ich auch nicht. Aber es fühlt sich gut an. Ja. Der Victor Buono in dem, ist das, sieht der so aus, als hätte er einen Kochtopf geküsst? In der Serie? Nee. Dann ist das irgendwie was anderes. Der sieht in Escape, hier in dem zweiten Planet of the Apes. Bin nicht in Planet of the Apes. Da sieht er so aus, als hätte er einen Kochtopf geküsst. Ja, genau, stimmt. Ja, das ist der zweite Planet of the Apes. Habe ich schockiert. Den habe ich auch geguckt, als ich viel zu jung war dafür. Als Kind habe ich den gesehen. Der ist schwer geil. Der ist schwer geil und schwer verdaulich tatsächlich. Ja. Aber The Man from Atlantis. Würdest du es weiterempfehlen? Ja, gucken. Es ist so eine 70s, späte 70s Unterhaltung mit einem starken Science-Fiction-Einschlag, gemütlich erzählt und launig gespielt. Guckt euch das ruhig mal an. Ja. Okay, cool. Sei es nicht gesagt. Kommt dann auch auf meinen Pile of Shame, der, glaube ich, mittlerweile, wenn du das so aneinanderlegst, kannst du so dreimal die Erde umrunden. Hör mir auf. Ich werde das alles nie gucken können. Nee. Natürlich nicht. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich, ich wäre finanziell so völlig unabhängig, würde im Lotto gewinnen. Nicht, weil ich mich dann irgendwie auf eine Insel lege oder sowas, sondern weil ich mir einfach nur diesen ganzen Kram gucken kann und lesen kann und so. Ja. Das wäre dann mein Job, mein Neujahr. Morgens um 8 Uhr aufstehen, Pile of Shame abarbeiten, 8 Stunden und dann hast du Freizeit und kannst noch irgendwas anderes machen. Ja, das, genau so würde ich es aber auch tun, Simon. Ich hätte überhaupt keinen, ich müsste mir jetzt nicht eine Insel kaufen oder irgendwie ein schnelles Auto. Ich würde mir nie im Leben schnelles Auto kaufen. Das kannst du mir schenken. Dann würde ich verkaufen eher das schnelle Auto als erstes. Ja, geht mir genauso, Simon, geht mir genauso. Ja, wird Zeit für eine GoFundMe-Kampagne, Sebastian. Wir beiden hier finanziert den Sebastian und den Simon doch einfach dabei, wie sie ihre Pile of Shames abarbeiten. Gerne auch gelegentlich einen Podcast darüber machen, das wäre es doch, oder? Das wäre es, das wäre ein Traum. Der Aufruf an die Hörer. Ja, genau. Ja, nee. Also, vielleicht irgendwann mal. Jetzt sind wir beim Hier und Jetzt und natürlich bei Drake am Dienstag. Sebastian, zweite Staffel der Animated Series. Für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal einschalten. Nicht mehr lange, dann ist es geschafft mit der Animated Series. Ich glaube, fünf Folgen haben wir noch, kann das sein? Nach heute nur noch vier. Oder nach heute sogar noch vier. Also, wir sind ja jetzt am Beginn der, also wir haben noch fünf Episoden, wo wir über die Animated Series sprechen. Danach ist es vorbei. Danach geht es weiter, chronologisch, in der Ausstrahlungsreihenfolge des Star Trek-Universums. Und dann kommt ein richtig dicker Brocken, nämlich der Star Trek The Motion Picture. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Oh ja. Dann kommt der nächste dicke Brocken, Star Trek 2, der Zorn des Kahn. Dann kommt der nächste Brocken und so geht es dann weiter. Kommen einige Brocken und dann sind wir bei TNG. Wahnsinn. Freue ich mich drauf. Ich freue mich da auch riesig drauf. Das wird der heißeste aller Star Trek Aprils, die es jemals gab. Also, der Star Trek Podcast April. Nicht, weil irgendwie Discovery explodiert oder zu Ende geht oder tausend Folgen macht. Nee, weil wir hier nämlich uns die Filetstückchen vornehmen dann im April. Genau, es wird, wie sagt man, Schockwaves wird es dann geben im Star Trek-Universum. Aber bis dahin unterhalten wir uns einfach nochmal über ein bisschen Zeichentrickkunst. Und Sebastian, ich würde sagen, starten wir mal. Go! Go! Mit der heutigen Folge. Wie heißt sie denn? Die Folge, die am 14. September 1974 an wieder mal einem schönen Samstagmorgen ausgestrahlt wurde, heißt BEM. B-E-M. BEM. Und auf Deutsch, Simon. Auf Deutsch hat die Folge mal wieder zwei Titel. Der eine, der ältere, das ist Echsenjagd. Macht überhaupt keinen Sinn. Können wir dann später nochmal drüber reden, aber eigentlich ist es ja völliger Quatsch. Und gefährliche Prüfung. Das ist so ein bisschen, ne, der Titel, den holt man irgendwie so aus dem Schrank. So ein bisschen, ne, wenn man sonst nichts hat. Das stimmt schon, aber so könnten auch 50 andere Folgen heißen. Ja, genau. Also ist jetzt nicht besonders einfallsreich. BEM. Jetzt, wer sich jetzt fragt, was das überhaupt heißen soll, das ist tatsächlich ein Charaktername. Ja, eines Charakters. Den werden wir auch gleich kennenlernen. Vorher aber wie immer die Frage nach dem Autoren, Sebastian. Ja, das war unser David Gerrold, Mr. Tribbles. Ich weiß nicht, ob der Mr. Tribbles genannt werden möchte, aber er hat sie auf jeden Fall erfunden. Und der hatte mal für die dritte Staffel der Originalserie eine etwas ungewöhnliche und aufwendig zu produzierende Geschichte geplant, die dann nicht realisiert wurde, irgendwie übrig blieb und jetzt für die Animated Series in der zweiten Staffel wieder aus dem Schrank, aus der Schublade rausgeholt wurde. Ja, eine Folge, in der sehr viel passiert. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich sehr oft die Pausetaste gedrückt habe, um irgendwie mitzukommen beim Transkribieren sozusagen, beziehungsweise bei meinen Notizen. Ob das dann vielleicht am Ende ein bisschen viel war, was da drin steckt, das möchte ich gerne mit dir besprechen, Sebastian. Schauen wir mal. Aber gut, werden wir jetzt entdecken. Hast du noch irgendwelche Vorbemerkungen? Nein, Simon. Lass uns zusammen mit der Enterprise auf Forschungs- und Kontaktmissionen gehen. Ja, gleich mehrere. Also, eine Series of, erfahren wir. Enterprise ist da unterwegs und hat jemanden Besonderen an Bord, nämlich Ari Ben Ben. Ja, so ein orientalischer Name. Und der ist ein ehrenhafter Kommandant. Ehrenhalber meinst du? Ehrenhalber Kommandant. Aber so ehrenhaft ist es, würde ich sagen. Ehrenhalber Kommandant. Und das macht man wohl scheinbar so, dass man gelegentlich mal so einen ehrenhalben Kommandant einer kürzlich entdeckten Rasse in diesem Fall, das sind die, ja, wie heißen die nochmal? Irgendwas mit P, ne? Pandorianer. Die Pandorianer ist das, ne? Sind nicht die Knelleriten? Nee. Auch nicht die Pringonen, sind die Pandorianer. Die Pandorianer, ne? Ja. Gut, dass sie nicht Pansorianer heißen. Ja. Und, ja, den sehen wir, den lernen wir jetzt auch kennen. Und Sebastian, der sieht ja auch interessant aus, ne? Das ist so ein grüner Kollege, hat einen roten Irokesen auf dem Kopf. Und, ja, wie sieht denn der aus? Der sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, so fischig, habe ich mir gedacht, sieht der aus. Aber, keine Ahnung, wie würdest du den beschreiben? Ich finde den echt schwer zu beschreiben. Ein bisschen fischig und ein bisschen löwenhaft. So, die Gesichtszüge vielleicht. Ich finde ihn auch schwer zu beschreiben. Sein Name war ein Gag übrigens von David Gerrold, denn BEM steht für Bug-Eyed Monster. Das war immer das, was sie möglichst vermeiden wollten bei Star Trek. Und jetzt hat er einfach ihn mal da so genannt. Aber er ist auch kein richtiges Bug-Eyed Monster. Die sehen anders aus in den Science-Fiction-Filmen der 50er-Jahre, wenn die irgendwelche Damsels in Distress in die Höhle schleppen oder was die auch immer machen. Ja, ich kann ihn schwer beschreiben. Ein grüner Fischtyp in einem weißen Anzug. Genau. Von Pandor. Von Pandor. Garo 7-System. Und da hatte ich das erste Mal auf Pause gedrückt, denn jetzt sind wir gar nicht, wir sind gar nicht in Pandor beim Garo 7-System, sondern wir sind bei Delta Theta 3 ein neu entdeckter Planet der Klasse M. Und ja, Sebastian, man ist da, wenn ich das richtig verstanden habe, weil auf diesem Planeten so Ureinwohner unterwegs sind. Ja, werden auch tatsächlich in der englischen Version Aborigines genannt. Das ist ja auch der Begriff für die Ureinwohner in Australien, den man so gebraucht. Das fand ich auch interessant. Und die will man untersuchen, das Leben dieser Wesen, dieses Volkes auf dem Planeten. Allerdings ohne sich zu erkennen zu geben. Also hier, Prime Directive und so. Wir schauen uns das Ganze von außen an, walzen da jetzt aber nicht rein und sagen, hier, wir sind's, ja. Und ihr müsst uns jetzt als Götter anbeten. Das macht man nicht. Ja, Commander Bäm, der will mitkommen jetzt. Der steht da schon im Transporterraum an der Konsole und ja, ist so in Aufbruchsstimmung. Ja. Bäm, übrigens mal wieder eine Sprechrolle von James Doohan. Früher stand er in den Büchern immer als der Mann der tausend Stimmen, der James Doohan. Ich muss sagen, das ist der Mann der zwei Stimmen. Der redet entweder als Scotty, so wie Scotty eben redet. Und er hat so eine Stimme. Ja. Yes, Captain. Kirk, Captain. Nennt er sich immer. Der spricht ja tausend außerirdische Kolonienchefs irgendwie in der Animated Series. Und ich, das ist echt etwas, wo ich sagen muss, ich kann das bald nicht mehr hören, wenn der Doohan einfach seine Stimme so ein bisschen höher macht. Der Lieutenant Eryx, der spricht ja genauso, ne? Der hört sich ja genauso an wie Bäm. Das fällt auch in der Episode, weil der Eryx ausnahmsweise mal wieder was sagen darf, fällt das halt extrem auf, ne? Dass das eigentlich dieselbe Stimme ist. Und ja, das ist auch dieses, du hast es echt gut nachgemacht, ne? Das ist auch so ein bisschen was Weinerliches irgendwie da drin, ja? So was Kindliches, ne? Ja, Mama, jetzt gib mir noch, Mama, ich, nicht. So, so, ne? Und das ist, und ja, das stimmt, ne? Das hört man echt verdammt oft. Also es ist der Hammer, ne? Aber eine interessante Sprechweise hat er so generell, so mit wie er die Leute nennt, ne? Kirk-Captain sagt er immer zum Jim und sich selbst bezeichnet er immer als this one. Ja, so in der dritten Person, ne? Ja. So redet er von sich. Finde ich gut. Das macht die, macht den, wenn man auch so den sprachlichen Duktus so ein bisschen fremdartiger gestaltet, ne? Dann passt das ja irgendwie dazu, ne? Das ist irgendwie so eine andere Welt. Das wird ja auf die Spitze getrieben, natürlich bei unserem Metaphervogel in The Next Generation. In der Folge, Sebastian, sie liest mir auf der, es liegt mir auf der Zunge, Damok. Ja, genau. Genau, Damok. Da finde ich, wurde das am besten irgendwie gemacht, ne? Auch so, wie das Aliens auch nicht nur fremdartig aussehen, sondern auch fremdartig sprechen und denken vor allen Dingen, Das hat man da fantastisch irgendwie dargestellt. Aber es macht hier auch den BEM so ein bisschen fremdartiger. Und interessanter ist auch immer this one. Das kriegt ja dann hinterher noch eine ganz andere Bedeutung, ne? Dieses one, dieser eine, ne? Weil so einer ist er ja gar nicht, aber ich will nicht vorweggreifen. Ja. Mit dem ist jetzt auch irgendetwas, der muss sich die ganze Zeit in seinem Quartier verschanzt haben. Das kommt so zwischen den Zeilen raus. Und jetzt steht er das erste Mal irgendwie draußen und auch gleich am Transporter und hat auch direkt schon Koordinaten einprogrammiert, und fängt mit dem Jim eine Diskussion an, dass er jetzt mal mit runterbiemen will. Und das findet der Jim ja gar nicht so super. Ne, überhaupt nicht. Zum einen deswegen, was du gerade schon gesagt hast. Moment mal, die letzten sechs Mal warst du irgendwie in deinem Quartier und jetzt willst du mitkommen. Das ist ja schon mal so ein bisschen komisch. Und das Zweite ist vor allen Dingen, das ist ja eine gefährliche Mission. Und der gute Herr, BEM ist ja als, ja, Ehrenhalber quasi an Bord, ne? Der hat eigentlich gar keine richtige Funktion. Und was wäre, wenn dem jetzt was passieren würde? Das wäre ja erschrecklich. Das wäre ein diplomatischer Zwischenfall. Jim würden die Ohren lang gezogen werden von Starfleet, weil er ist ja für die Sicherheit verantwortlich, dieses Diplomaten. Ist klar, ne? Ich meine, wenn du den Bundespräsidenten irgendwie an Bord hast, ja, und der will da plötzlich jetzt ins Feld, sagst du auch erst mal, nee, Herr Bundespräsident, Sie haben ja eigentlich keine Funktion. Ja, gehen Sie wieder in Ihre Kabine und meditieren Sie. Ja. Ja, aber this one has already set controls, Sebastian. Ja, und er besteht dann da auch irgendwie drauf. Und statt, dass der Jim jetzt ein Machtwort spricht, sagt er, ich diskutiere jetzt nicht mehr mit dir. Und man beamt runter, man beamt auch mit ihm runter und man nimmt auch die Koordinaten, die der BEM da einprogrammiert hat. Und beim Runterbeamen offenbart sich ja auch dann gleich dessen teuflischer Plan, der verrückter nicht sein könnte. Ja. Ehrlich gesagt, der ist irrwitzig, dieser Plan. Also, das ist wirklich der Knaller. Ist es tatsächlich ein teuflischer Plan? Ja. Wie Simon mir gerade auch noch mal aus seinen Notizen reinschickte. Das ist unheimlich manchmal. Tatsächlich materialisiert die Hälfte der Crew nicht an Land, sondern ein Teil über Wasser, nämlich Kirk und Spock. Also, man muss sich das so vorstellen, die anderen stehen auf so einem Felsvorsprung irgendwie. Und Kirk und Spock materialisieren so direkt in der Luft, so über so einen Fluss. Und dann, ah, Platsch, landen dann im Wasser. Und der BEM stürzt sich dann todesmutig hinterher, um die beiden zu retten. Obwohl es da eigentlich überhaupt keinen Anlass für gibt, weil die ja schwimmen können. Aber Sebastian, dann sehen wir was ganz, ganz Seltsames. Was passiert denn da unter Wasser? Unter Wasser. BEMs Unterkörper löst sich, marschiert rüber zu den beiden. Die stehen da auch. Das Wasser ist nur so hüfthoch. Und dann kommen aus den Hosenbeinen oben noch mal zwei Hände wieder raus und klauen unter Wasser so die ganze Ausrüstung, die ganze Technik aus den Hosentaschen von den beiden und geht dann wieder zurück zu seinem Oberkörper. Und in dem Moment habe ich gedacht, hey, habe ich irgendwas geraucht? Habe ich irgendwie gesoffen oder was war da jetzt gerade? Ich konnte es nicht glauben. Völlig unerwartet. Das macht die Folge ja mehrfach, dass da irgendwelche Twists kommen, wo man denkt, was ist denn jetzt los? Ja, man kann ja jetzt gar nicht genug hervorheben, was da passiert. Also das ist, du hast das jetzt so beschrieben, aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der zerteilt sich unter Wasser. Der Kopf bleibt, der Oberkörper bleibt irgendwie da. Ja, oder bewegt sich auch irgendwie. Und dann laufen die Beine einfach durch die Gegend. Und aus den Beinen kommen, wie gesagt, diese Hände. Also es ist halt, ich musste das jetzt nochmal wiederholen, weil man akzeptiert das einfach so. Aber es ist halt völlig irrwitzig, was da passiert. So Taschendieb mäßig, so Trickdieb mäßig werden da die Kommunikatoren und Phaser rausgenommen, den beiden aus der... Hier an der Stelle habe ich übrigens gedacht, sag mal, merken die das nicht, wenn da plötzlich das Zeug aus der Tasche entschwindet? Aber später wird ja irgendwie gesagt, da wurde was ausgetauscht. Sieht man das da überhaupt an der Stelle? Nee, das geht so ganz schnell geht das eigentlich nicht so, dass man da richtig was sehen könnte. Das Wasser muss auch unglaublich brackig sein. Also wenn auf mich zwei normal große Beine zulaufen unter Wasser und irgendwas von mir wollen, dann würde ich ja schon mal sagen, irgendwie hoch oder so, weiß ich nicht. Aber unter Wasser, als wir diese Einstellung dann sehen, wie er das dann klaut, sieht das Wasser doch eigentlich sehr klar aus. Ja, also eigentlich, man kann bis zum Boden gucken. Also es ist auch so ein bisschen, kann man sich wieder drüber streiten, wie sinnvoll das alles ist, was da passiert. Aber trotzdem, Sebastian, die Folge hatte mich da so ein bisschen am Wickel an der Stelle, weil man wollte natürlich mehr über diesen seltsamen Bäm erfahren. Was ist das denn für ein, ja, für ein, weiß ich nicht. Wir sagen viel zu oft He-Man und Masters of the Universe, aber da gab es einen Charakter, der hieß Modo-Look. Und dem konnte man irgendwie so anders auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Und an den musste ich so ein bisschen denken, ja. Oder auch so noch so einen anderen Charakter, das war dieser Schlangenmensch, King His. Also nicht King His, sondern King His. Danke. Der ist wie 10S dran. Der konnte, da konnte man den Oberkörper öffnen und dahinter war eine Schlange. Irgendwie so eine funktionale Actionfigur, musste ich irgendwie dran denken, die so eine Funktion hat. Super irgendwie. Wie in der Folge The G-Hat wirkt das wieder so, als hätten sie da wirklich Spielzeuge von verkaufen sollen. So kleine Bämst, die dir dann so plopp. Und dann steckst du da so Ärmchen oben in die Stulpen rein. Das wäre doch toll gewesen, oder? Super, ja. Ich hätte einen Namen wollen als Kind. Ja. So. Bäm, ja. Aber gut, man kriegt davon irgendwie nichts mit. Die kommen aus dem Wasser. Der Kirk sagt dann auch irgendwie so, also das nächste Mal geben wir bitte die Koordinaten nicht ein und nicht du. Weil das war jetzt doch ein bisschen drohf irgendwie. Aber, na gut. Scotty und Sulu sind auch übrigens mit von der Partie. Die stehen oben, aber die auf dem Land, die sind nicht reingeplatscht. Ja. Auf der Brücke der Enterprise nimmt man ein Anomalie wahr. Sebastian, die sich irgendwie, keine Ahnung, die aktuell noch tausend Kilometer entfernt ist von dem Ort, wo unsere Helden stehen. Und das will man irgendwie beobachten. Das ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Sensorfeld oder so. Also man weiß noch nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Ja. Könnte auch eine atmosphärische Störung sein oder irgendetwas. Uhura hält ein Auge drauf. Aber es wird auch schon mal der gelbe Alarm ausgelöst. Ich fand es ganz gut zu sehen, dass man ein bisschen vorsorglicher als sonst schon mal handelt und nicht einfach sagt, ja, egal, wir gehen da jetzt hin oder so. Nein, man denkt sich, hm, wir aber halten das im Auge. Spock sagt ja dann auch irgendwie, Mensch, da ist vielleicht intelligentes Leben irgendwie. Also von daher gucken wir mal. So, und dann begibt man sich auf eine Wanderung, Sebastian. Und steht plötzlich im Regenwald. Man steht im Regenwald, läuft da so rum und im Vordergrund erscheint dann schon eine der Echsen aus dem komischen deutschen Titel Echsenjagd. Und als man die sieht, misst man auch pünktlich die Lebensformen. Und dann geht es ganz schnell. Man denkt erst jetzt, greift vielleicht so eine Echse an oder man begegnet denen. Aber nee, der Bäm gibt einfach Fersengeld. Der rennt los. Ja, so aus dem Nichts, ne? Kirk und Spock verfolgen ihn, laufen hinter ihm her. Und dann, ja, ist da so eine Unterholzbarriere, wo der Bäm eigentlich gar nicht durchkommt. Und dann macht er wieder seinen Trick, Sebastian. Und jetzt trennt sich in dem Fall nicht nur der Oberkörper, sondern noch mehr. Ja, alles zerlegt sich so komplett in alle Einzelteile. Und die können auch fliegen. Das muss man auch dazu sagen. Die Einzelteile, man sollte jetzt meinen, dann liegt da so ein Ohr auf dem Boden und patscht dann da so rum wie so ein Fisch, der noch an Land gefallen ist. Nein, das fliegt alles durch diese Löcher in dem Dickichter durch. Was für ein Anblick. Wahnsinn, ne? Ja, es schwebt. Besser fliegen wäre ja noch mit so Flügeln oder irgendwie einem Propeller oder so. Nein, das schwebt von alleine. Als wäre die Gravitation nicht, hätte keinen Einfluss auf diese Körperteile. Also Wahnsinn. Ich finde das besonders lustig bei seinem Kopf, ne? Sieht irgendwie aus wie Simon Wright, das Gehirn aus Captain Future, ne, das da so durch die Gegend fliegt. Ja. Super. Und dadurch kommt er natürlich auch durch dieses verwachsene Unterholz gut durch, ne? Kann da die Lücken nutzen. Und Kirk und Spock kriegen das aber überhaupt nicht mit. Also die sind ja hinterher, ne? So gerade so im Verfolgungsmodus und bleiben dann auch davor stehen und denken, wie, also hier muss er ja durchgegangen sein, sonst würden wir ihn ja sehen. Aber wie kann ja eigentlich gar nicht sein, weil da passt ja niemand durch. Aber dann, kurz darauf, erblicken sie ihn doch. Und er ist nicht alleine. Er steht da auf so einer Art Lichtung und ist umzingelt von so Echsen, die relativ hungrig aussehen, die alle Speere in der Hand haben. Und Simon, gegen genau die Viecher habe ich in Breath of the Wild stundenlang gekämpft. So Camps von denen überfallen, genau so sehen die aus. Dann klaust du denen mal so ein Speer, dann gucken die ärgerlich und dann rennst du da hinter denen her wie mit der Wimmelquirke und machst sie dann platt. Zelda, ja. Ja, ja. Breath of the Wild. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ja. Irgendwann, wenn meine Frau mal die Switch aus der Hand gibt, ja, damit ich das auch mal spielen kann, dann werde ich da auch mal reinschauen. Aber Breath of the Wild ist halt so ein Spiel. Sebastian, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das werde ich niemals fertig spielen. Das ist mir viel zu viel. Ja, geht. Da gibt es Schlimmere. Da gibt es Schlimmere. Hast du es durchgespielt? Ja, ich habe es durchgespielt. Und das ist auch eines der wenigen Spiele, die so eine Open World haben, wo ich tatsächlich nicht einfach nur irgendwelchen Scheiß gemacht habe zwischendurch, sondern manchmal habe ich gesagt, ne, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, draußen schlechtes Wetter, dann gehe ich nicht in echt spazieren. Dann gehe ich da spazieren. Dann habe ich nichts gemacht. Nichts gemacht. Bin da einfach rumgelaufen, hab mal geguckt, oh ja, oh schön und so. Also das ist ganz, ganz entspannt. Wenn dann nicht zwischendurch auch mal so eine Echse dann da wäre. Verstehe. So wie die. Und damit sind wir wieder zurück in der Folge. Damit sind wir wieder zurück in der Folge und der, ja, Bäm wird da umzingelt, ne, von diesen Echsenwesen. Die halten den fest und es sieht so aus, als wenn das eine, der Spock nennt das eine Native Food Gathering Party, ja. Also eine Truppe ist, die da auf Nahrungssuche einfach ist, den Bäm jetzt gefunden hat, ne, und den mitnimmt. Ja. Währenddessen schalten wir mal kurz auf die Enterprise. Da wird das Sensorenfeld jetzt ein bisschen aktiver. Das weitet sich aus. Man will den Käpt'n kontaktieren, Käpt'n, Käpt'n, das Sensorenfeld. Aber der wiederum antwortet nicht, weil er ja, wie wir wissen, nicht mehr seinen Kommunikator dabei hat. Genau. Und dann kommt so eine herrliche Szene zwischen Scotty und Uhura, wo die Uhura mal wieder knallhart bleibt. Absolut. Und es steht ihr richtig gut. Ja, genau. Der Scotty will nämlich sofort hinter dem Käpt'n her, ja, will den sofort suchen. Und Uhura, die das Kommando hat in dieser Sekunde, die sagt, nein, wir beamen euch jetzt an Bord, denn wir werden jetzt dem Protokoll folgen. Ja, es gibt so ein Ablaufprotokoll für so einen Fall. Und das ist erst mal, dass sich alle wieder sammeln auf der Enterprise und zurückkommen. Und sie steht da, ihre Frau, sie sagt dann, nö, Scotty, das machen wir jetzt nicht so, ihr kommt jetzt hoch. Finde ich, ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, wo man auch mal sieht, Uhura leitet da den Laden gerade und ist eben nicht diese Rolle, die sie halt sonst immer hat, diese, ja, keine Ahnung, Vorzimmerdame, die da die Anrufe entgegen nimmt. Ist auch wieder mal was, wo man sich denkt, Mensch, man hätte mit dem Charakter doch, man macht mit dem Charakter schon einiges in der Original Series, aber man hätte noch so viel mehr damit machen können. Ja, auf jeden Fall. Die Michelle Nichols ist auch gut. Die hat auch nachher noch mehr zu tun in der Folge. Die hat richtig viel zu tun in dieser Folge. Ja. Nicht unbedingt als Uhura. Genau. Ja, unsere beiden Jungs unten verstecken sich im Gebüsch, wollen dann ihrerseits die Enterprise anfunken und merken genau dasselbe. Sie haben echt so duselige Attrappen dabei, irgendwie hier so von Playmates, diese Dinger, die man mit zur Convention nimmt, genau die wurden ihnen irgendwie zugesteckt. Warum auch immer, wer auch immer, sie wissen ja noch nicht, dass es Bäm war. Also Kommunikation ist nicht möglich. Verstehen es auch wirklich nicht, ne? Also die haben es ja auch nicht mitgekriegt, was da unter Wasser passiert ist und das hätte ja auch eigentlich nicht passieren dürfen. Man weiß halt nicht, dass der Bäm sich da quasi in mehrere Teile zerlegen kann. Ja. So, na gut. Dann laufen sie halt ein bisschen weiter und dann sehen sie, glaube ich, auch schon das Dorf, in dem Bäm gefangen gehalten wird. Und dann sagt Spock so, ja, wir könnten jetzt ja mal umkehren und den Scotty informieren und dann sagt der Jim, das will ich jetzt aber nicht, denn wir finden das Dorf dann nicht wieder. Und da habe ich gedacht, das ist doch Quatsch. Wieso findet ihr das Dorf denn nicht wieder? Seid ihr so doof? Das ist doch nicht Brigadoon. Kennst du Brigadoon? Mhm. Dieses Dorf, was alle 100 Jahre nur einmal erscheint. Ja. Und dann. Sehr seltsam. Warum? Verstehe ich auch nicht verstanden. Vor allen Dingen hat der Spock doch auch vorgeschlagen, einer geht zurück und ich verfolge die und dann bleib jetzt hier und dann macht das ja noch weniger Sinn. Eben. Irgendwie quatschig. Naja. Sie bleiben auf jeden Fall einfach da sitzen. Ohne Kommunikatoren. Weil der Bäm da drin ist, weil man sich so denkt, das ist unser Schützling. Da müssen wir irgendwie drauf aufpassen. Da kriegen wir Ärger mit dem Bundespräsidenten von Pandor, wenn wir den nicht wieder heile mit nach Hause bringen. Darüber wird es dann auch Nacht, über diese Warterei. Und nachts geht man dann dahin und will den Bäm sozusagen retten aus dem Käfig. Und der Bäm reagiert erst mal völlig anders, als man das jetzt so glaubt. Der ist nicht irgendwie dankbar oder sagt so Gott sei Dank, dass ihr mich jetzt hier rettet, sondern der ist halt richtig fuchsig. Der sagt, ihr stört mich hier bei meiner Beobachtung. Was wollt ihr hier? Und ich glaube, eine Szene später werden sie dann auch tatsächlich von den Echsen entdeckt. Die halten dann so Fackeln hoch. Und sehen wir die nächste Szene. Und die nächste Szene ist in der Mitte von diesem Dorf stehen nicht nur ein Käfig, sondern drei. In einem ist nach wie vor der Bäm und in anderen beiden Spock und Kirk. Toll. Wie doof. Schon, ja, 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 schon toll. Schon toll, aber auch doof. Aber cool, was der Jim sagt. Denn der Jim, der sagt ein wahres Wort, sehr gelassen. Er sagt, wie kommt es eigentlich, dass wir immer eingesperrt werden? Sehr meta war das in dem Moment. Das hat er noch nie so gesagt. Da hat sich, glaube ich, der David Gerrold einen kleinen Scherz erlaubt mit der Folge. Ja. An der Stelle. War es die zweite oder die dritte Staffel der Original Series, wo die gefühlt jede Woche in irgendeinem Dungeon waren, festgekettet? Ja, Spock sagt, Schicksal, sagt er. Das ist halt Schicksal, was aber so ein bisschen ungewöhnlich ist für Spock, für diesen alten Logiker. Ja, also überhaupt eine interessante, coole Diskussion, die dann da so ausbricht. Kirk ist auch verblüfft, dass Spock von Schicksal faselt und sagt dann, jetzt mach doch mal hier deinen Nervengriff. Und ich habe gedacht, worauf? Auf den Käfig? Das habe ich nicht verstanden. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Naja, vielleicht hat Kirk gedacht, wenn mal einer von den Bewachern kommt, dass der Spock das dann irgendwie macht. Aber es ist trotzdem Quatsch, natürlich, weil hilft ja nichts, wenn er da einen jetzt schlafen legt. Es sind immer noch 100 andere Echsen da oder so, 50, weiß nicht. Der Bäm hat auch was zu sagen, Sebastian, und zwar sagt der Dinge, die schon ganz schön beleidigend sind. Der sagt nämlich, Starfleet hat uns gesagt, meinem Volk gesagt, dass du der beste Käpt'n bist, aber was ich heute gesehen habe, was du hier gemacht hast, das widerspricht dem doch immens. Du bist nämlich überhaupt nicht der beste Käpt'n. Du bist ja ein Vollversager. Und wenn ich den bei mir im Käfig hätte, den Bäm an Jims Stelle, ich würde ihm sowas von den Arsch versohlen. Der rennt da weg, bringt sich in Gefahr und dann sagt er auch noch hinterher zum Käpt'n, ja, ist ja alles scheiße gelaufen hier, du Flasche quasi. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich habe mich in dem Moment für Jim mit geärgert. Jim selbst ärgert sich ja auch da gerade tierisch, aber ich habe ihn sehr verstanden. Ich habe mich auch geärgert. Ja, genau. Kirk ist auch entrüstet und sagt, naja, wir könnten uns ja schon wehren, aber diese Phaser und Kommunikatoren, die sind halt Attrappen auf einmal. Und da zieht plötzlich Bäm die richtigen Exemplare dieser Gerätschaften aus seinen Taschen. Und ja, jetzt sehen unsere Freunde das erste Mal, dass der Bäm nicht ganz das ist, was er zu sein scheint. Der zerteilt sich nämlich jetzt wieder, ich glaube auch in drei Teile. Der Kopf schwebt irgendwie, der Oberkörper schwebt auch so ein bisschen drunter und die Beinchen geben gerade Gas. Die laufen so raus aus dem Käfig. Da habe ich mir auch gedacht, Sebastian, wenn die Beine aus so einem Käfig rauslaufen können, kann man da nicht sich irgendwie dann so komplett rauswinden aus dem Käfig, so aus dem unteren Loch, das fand ich so ein bisschen seltsam. Das ist so, dass man sagt, wenn eine Katze, ich habe ja Katzen, wenn eine Katze ihren Kopf irgendwo durchbekommt, dann passt der Rest da auch durch. Es sei denn, es ist eine sehr fette Katze. Dann vielleicht nicht. Aber ja, guter Einwand, Simon. Eigentlich könnte da gut der ganze Bäm durchpassen, weil das ist auch so ein schmales Hemd irgendwie. Der könnte da wunderbar durch zwei dieser Gitterstäbe sich zwängen. Ja, ist aber auch egal, denn er gibt ihnen so halt die Phaser und Kommunikatoren zurück. und der Körg ist natürlich jetzt wie vom Donner gerührt. Also der denkt sich jetzt, was ist denn da? Hä? Wie? Warum bist du denn da nicht geflohen? Was soll denn das Ganze? Ja, der Bäm sagt dann irgendwie, der hat, der mag keine, keine Gewalt, ja, um seine Ziele zu erreichen. Und er wollte einfach sehen, wie die beiden reagieren. Also für den Bäm ist das so ein Experiment gerade irgendwie. Er gibt so den Eindruck, wir sind hier gar nicht in Gefahr und wir machen, ich mache das einfach nur, um euch zu beobachten, wie ihr so reagiert und wie ihr euch so verhält. Und Onkel Spock hat auch einen wunderbaren Namen übrigens für den, für den Bäm gerade. Er nennt ihn eine Kolonie-Kreatur. Und das muss ich auch nochmal, wollte ich auch nochmal kurz, ey, sag mal jetzt, hör doch mal jetzt, halt doch mal deine Klappe da draußen. Okay. Was wollte ich eigentlich sagen? Das weiß ich nicht, was du eigentlich sagen wolltest. Die Kolonie-Kreatur. Ja. So, jetzt kann ich mich wieder, ey, die fliegen, die blinken und piepen. Also, Jim sagt völlig zu Recht, hör mal, das ist ein gefährlicher Planet hier. Ich lasse mich von dir nicht testen, was auch völlig richtig ist. Also, so einen Test so einzufällen, das ist die größte Kacke, die ich jemals erlebt habe, denkt er sich auch. Und Bäm wird unter Arrest gestellt, was natürlich Quatsch ist. Sie alle drei sitzen sowieso schon im Knast, aber Jim sagt, hör mal, wenn wir hier raus sind, du kriegst Hausarrest, du kriegst Zellentarrest, dann bist du erst mal weg. Genau. In Sicherheitshaft wirst du genommen, ne? Ja. Um dich vor dir selbst zu schützen. Ich glaube, zwischendrin schalten wir dann auch nochmal ganz kurz zu Enterprise, wo wir dann irgendwie erfahren, dass diese Anomalie, von der die Rede war, jetzt immer größer geworden ist und den halben Planeten irgendwie umspannt. Wir werden auch in Kürze erfahren, was sich dahinter verbirgt. Aber zunächst möchte man ja aus dem Dorf fliehen. Man hat jetzt die Phaser wieder, setzt die auf ein niedriges Setting, damit man da niemanden umbringt. Möchte man dann, man flieht dann aus dem Käfig. Die Echsenwesen kommen und verfolgen sie irgendwie. Man ballert da so ein bisschen rum. Und dann passiert was, womit ich im Leben nicht gerechnet hätte. Ja, es erscheint auf einmal eine dritte Partei. Die Lichter von CETA erscheinen. Einfach so wie so Lichtspots über denen drüber. Und Nichelle Nichols spricht. Nehmt die Waffen weg. Dies sind meine Kinder. Da dachte ich, jetzt geht die Folge wirklich über Tische und Bänke. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Das ist ganz psychedelisch irgendwie. Überall blinkt es. Und Kirk sagt, ich kann mich nicht bewegen. Wie gesagt, die Stimme mit ihren salbungsvollen Worten. Ja, Kirk sagt dann auch irgendwie, na, wir wollen hier nichts Böses. Wir sind hier, um zu beobachten. Und die Stimme sagt dann, fragt dann übrigens auch zu Recht, wie ich finde, was gibt euch das Recht, hier einfach auf diesen Planeten zu kommen und hier für Ärger zu sorgen? Gute Rückfragen, die da gestellt werden. Simon, als der Jim sich vorstellt, weißt du, was er da das erste Mal sagt? Tiberius. James Tiberius Kirk. Für seine Freunde Tiberius halt, ne? Ja, aus dieser Folge stammt der Mittelname endlich mal. Die Mittelinitiale wird gefüllt mit Tiberius. Verrückt. Was die Zeichentrickserie alles eingeführt hat, habe ich dann mal wieder so gedacht. Für jeden ist das völlig klar, der heißt Tiberius. Aber wo das herkommt? Aus Bäm. Interessant. Gab es nicht mal irgendwie so ein Grabstein, wo der Name falsch drauf war? Im zweiten Pilotfilm stand James R. Kirk drauf. When no man has gone before. Das ist sein dritter Name, den er unter den Tisch hat fallen lassen, Rudolf. Rainer. James Rudolf, Rainer Kirk, ja. Ja, Tiberius, Sebastian. Ausgerechnet, ne? Tiberius. Nach einem schönen römischen Kaiser. Irgendwo hat auch David Gerrit mal behauptet, er hätte den Namen aufgeschnappt bei dieser Miniserie Ike Claudius, die auf der BBC kam. Was Quatsch ist, weil Ike Claudius wurde ein paar Jahre nach Bäm ausgestrahlt. Das kann er, das kann er schön sich so denken, das kann aber nicht so gewesen sein. Ja, der ist halt, ne, Erinnerungen, du weißt ja, wie das ist, ne, die vermischen sich manchmal ganz seltsam miteinander. Ja, das ist wahr. Ja, und damit ist auch der Ausbruchsversuch direkt vereitelt, ne, die Stimme, die scheint auch über große Kraft zu verfügen, die zerstört auch die Waffen, ja, die werden nullifiziert, die Waffen, ne, sagt man nullifiziert im Deutschen? Ja, das sagt man. Kann man wahrscheinlich sagen, ne, man befindet sich dann wieder in der gleichen Situation, man ist wieder gefangen. Und jetzt sagt der Kirk schon wieder was Lustiges, ja. Ach, ich wäre doch lieber Bibliothekar geworden hier. Und Spock sagt darauf was wirklich Schönes, also wirklich Schönes, und wenn es einen Satz der Folge gibt, dann wäre das der für mich. Der sagt nämlich, Also, übersetzt, ja, tatsächlich, der Beruf des Bibliothekars wäre genauso herausfordernd, Captain, allerdings wäre er nicht ganz so gefährlich. Und das finde ich ein schöner Satz. Das ist sehr nett, ja. Also schon mitunter schön geschrieben, die Folge, kann man nicht sagen, also kleine Bon Motts sind da versteckt. Ja, fällt auf, ne, also die Dialoge zwischen den Charakteren sind tatsächlich besser, als, oder auf einem höheren Niveau, als man das häufig hat in der Zeichentrickserie. Was mir auch aufgefallen war, ist, dass, als sie wieder gefangen genommen werden, da grinst der Bäm, der freut sich darüber, ah, schön, jetzt werden wir wieder gefangen genommen. Also, der hat schon lange nicht mehr sein eigenes Geschrei gehört, möchte ich mal fast sagen. Ja, der, der rüttelt am Watschenbaum, wie man hier in Franken sagt. Und, gleich klatscht, ist aber kein Beifall, ja. Genau. Und vor allen Dingen, der ist ja, der Bäm legt ja dann noch nach, ne, also, Kirk ist schon wieder enttäuscht davon, wie Kirk mit dieser Situation umgegangen ist. Er ist kein besonders intelligenter Kommandant, und er hat bei allem versagt, was er versucht hat. Ne, also, der haut eben so richtig die Sprüche rein und dann, um dem Ganzen noch so, so eine Kirsche auf die, auf die Sahnetorte zu setzen, ja, teilt er sich, spaziert da raus und geht einfach weg. Ja. Er wünscht noch, er sagt nur so, viel Glück, ne, ich bin da mal weg und geht. Und die rufen dann noch dahinter, hey, hol uns hier raus. Und er reagiert gar nicht mehr. Bleibt doch hier. Warum denn so abrupt? Ja, genau. Bam hat ein bisschen recht, finde ich. Nicht in seinem Verhalten, sondern Kirk ist hier wirklich nicht der Allerschlauste. Stellt halt auch ein paar dämliche Fragen irgendwie, also, er hätte mit dieser Intelligenz, hätte er, glaube ich, ein bisschen besser reden können, finde ich, die sich da plötzlich entpuppt hat. Ja, aber ich wäre auch genauso überfordert gewesen, wie er. Hallo, du stehst ja in so einem, stehst ja hier so in so einem eingeborenen Kral, heißen die Dinger, glaube ich. Und auf einmal geht da die Leitschau los, und dann erzählte einer von den Kindern. Also, ich weiß, ich würde, glaube ich, auch erst mal sparsam gucken, auch als Sternflottenkapitel. Absolut, Es droht ja immer noch der Kochtopf irgendwie, ne? Ja. Am Ende des Tages. Also, von daher, keine schöne Situation. Ja, da saß schon so eine, so eine Echsenoma so in einem Bild, die hat schon so ein Sellerie geschnitten. Genau. Geht schon los, ne? Ja. Grundlage. Man überlegt sich jetzt, wie man mit der Situation umgeht, und es liegt natürlich auf der Hand, man muss hier mit dieser, mit diesem Alien reden, mit dieser Präsenz, die sich da aufgetan hat. Und man versucht, also Kirk schnappt sich seinen Kommunikator, ja, und versucht Kontakt aufzunehmen. Das funktioniert nicht, Sebastian, und da hat der Spock dann, die retten die Idee. Ja. Wir legen die beiden Kommunikatoren übereinander, wie so ein Sandwich. Wir bauen uns ein Kommunikator-Sandwich, ohne Wurst, ohne irgendwas, und dann ist der Akku schneller leer, wie beim Smartphone übrigens auch. Und das koppelt das Signal, und dann ist irgendwie das Bluetooth doppelt so stark, und man, dann empfängt uns das Energiewesen vielleicht. Also eigentlich ein ziemlicher Schmarrn, den er da sagt. Aber es funktioniert. Es funktioniert gut. Es funktioniert gut. Definitiv, ja. Und ja, diese Entität meldet sich auch wieder, und Kirk macht hier auch das Richtige, der entschuldigt sich nämlich einfach. Der sagt, ja, sorry, wir wollten ja eigentlich nichts Böses, wussten das auch nicht, und wir hauen auch sofort ab. Und ja, tut uns leid einfach, komm, schwamm drüber. Sagt dann die Entität, und okay, ja, mache ja, dann geht. Und lässt, und geht mit Gott, aber geht. und lässt die dann auch tatsächlich frei. Und Kirk erwähnt den Bäm auch irgendwie noch, ne, aber das wird erst mal ignoriert. Wir wollen den noch suchen. Nein, hier ist keiner mehr. Geht, geht. Geht, ne, ich will jetzt nicht mehr reden. Bin müde. Bin stets. Diskutiere jetzt nicht mit dir. Genau. Und ja, dann passieren irgendwie Dinge, dann funktioniert der Kommunikator irgendwie wieder, und dann beamt ein Security Detail, beamt dann runter, ja, also eine Truppe an Rothemden mit Scotty, keine Ahnung warum, und die hauen dann den Käfig auf, und der Kirk sagt denen dann auch, glaube ich, passt mal auf, ihr geht jetzt auf die Suche nach Bäm, bitte nutzt eure Phaser nicht, oder setzt sie auf die leichteste Stufe, damit wir uns wehren können. Sebastian, dann passieren Dinge, die ich ein bisschen seltsam finde, ja. Also zunächst muss man ja den Bäm finden, der ist irgendwie in drei Teilen wieder versteckt, auf dem Planeten, ja. Aber die fangen ja sofort an rumzuballern. Ja, das geht sofort los, wie so ein Actionfight irgendwie, wie so eine Bud Spencer How-Sequenz geht das dann los. Und sie machen eigentlich genau das, was Jim gesagt hat, was sie nicht tun sollen. Und dann geht diese Folge wirklich, dreht so für eine halbe Minute völlig durch, auf diese Art und Weise, und hält dann aber auch wieder an. Also Bäm ist dann befreit, und der Jim ist mal immer noch sauer. Also ich fand das auch extrem befremdlich gerade. Ja. Diese Aktion. Die Entität taucht wieder auf, ist ja klar, da wurde ja auf ihre Kinder geschossen, und die ist, ihr seid ja immer noch hier, und ihr ballert hier rum, das gibt's ja wohl nicht. Also das darf ja wohl nicht wahr sein. Und, ja, ärgert sich halt richtig. Der Bäm mittlerweile, und Sebastian, jetzt musst du mir hier ein bisschen weiterhelfen, der hat ja so einen Sinneswandel jetzt auf einmal. Und schämt sich irgendwie. Was ist da los? Ja, verstehe ich auch nicht. Vor 30 Sekunden war er noch pampig, als Jimmy ihm nämlich vorgeworfen hat, du hast hier gegen die erste Direktive verstoßen, hat er noch gesagt, das ist nicht meine, an die halte ich mich nicht. Und jetzt sitzt er da und sagt, oh nee, oh, ich sollte doch hier Dinge rausfinden, und das ist mir alles nicht gelungen, und ich hab alle in Gefahr, aber ich bin so ein Versager. Ich muss mich jetzt komplett demontieren. Also Selbstmord de facto begehen. Krass. Auch, dass das in so einer Kinderserie dann einfach mal so gesagt wird, ich bring mich jetzt um hier, weil ich versagt habe. Ja, den Sinneswandel habe ich nicht verstanden. Also dieser Bäm ist irgendwie bipolar. extrem bipolar. Stimmt, er hat sich ganz, verhält sich jetzt irgendwie ganz anders. Ja, in der tiefen Selbstdepression jetzt gerade gefangen, mit Suizidgedanken und allem drum und dran. Jetzt sprechen ihm aber alle gut zu. Unter anderem auch die Entität, die jetzt irgendwie da ist, und dann irgendwie sagt, na, nee, das bringt doch das alles nicht. Du musst dich da jetzt nicht selbst fertig machen, und verstehe ich irgendwie gar nicht, was ist das überhaupt? so Punishment, Strafen, und ist das Rache? Ist das irgendwie, das braucht man doch nicht, wenn man intelligent ist. Intelligente Wesen, die brauchen keine Rache, und ja, die Entität verzeiht auch, nachdem Kirk das so ein bisschen erklärt, was da gerade passiert ist. Wir hatten halt hier diesen Bäm. Wir mussten den fangen, weil wir wussten nicht, ob der vielleicht eure Kinder wieder attackiert. Die hat dann auch Verständnis dafür. Und sie schafft es tatsächlich, aus ihrem Verständnis heraus, den Bäm wieder hinter das metaphorische Brückengeländer zu diskutieren. Der steht ja da draußen auf dem Sims und will springen, und die sagt, nein, das ist ja ein Lernen aus deinen Fehlern. Ja. Ja, dann sagt er, ja, ach, das ist so nett. Dann überlege ich es mir anders. Ich bin jetzt wieder mit hoch. So ein erzieherischer Charakter hier. Ja. Diese Folge. Das ist das Kind. Auch Bäm ist das Kind irgendwie. Bäm ist irgendwie das Kind. Hochgradig moralisch auch, dieses Ende. Allerdings natürlich ein bisschen sinnbefreit alles. Also man, Gerald schreibt das an der Stelle irgendwie sich so zusammen, dass das aufgeht. Aber wir sind organisch nicht an diesen Punkt gelangt. Nein, de facto nicht. Da wurden einige Dinge übersprungen, glaube ich. Ja, ich würde auch gerne mich, ich habe mich nämlich eins gefragt und ich habe keine Antwort gefunden. Aber vielleicht kannst du mir eine Antwort darauf geben, Simon. Mal sehen. Was genau war Bäm's Plan und wie hat er sich das Ganze vorgestellt? I have no fucking idea. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Naja, er wollte irgendwie scheinbar, die Idee war ja tatsächlich, dass die, wie heißen sie, die Pandroana irgendwie die Föderation bewerten. Ja. So weit, so gut. Lohnte es sich, mit denen Handel zu treiben, die Nähe kennenzulernen oder wie sind die eigentlich drauf? Und sein Plan ist irgendwie, den Kirk in eine Situation zu bringen, wo er sich beweisen muss. So weit habe ich es auch noch verstanden, ja. Also, dass er da halt einfach sich selber in Gefahr bringt, obwohl er gar nie in Gefahr war und dass sie ihn dann irgendwie retten müssen und wie sie damit umgehen, mit dieser Situation. Bis zu der Stelle komme ich mit danach überhaupt nicht mehr. Okay. Kann ich hier nicht beantworten, weiß ich nicht, was das soll. Ich weiß auch nicht, wie er dann am Ende da diese Depri-Phase da auf einmal schiebt. Keine Ahnung. Ja, ist alles ein bisschen rätselhaft, das ist wahr. Schade, schade. Nun, man ist jetzt wieder in großer Demut, ja, alle sind jetzt so, boah, jetzt haben wir aber heute mal was gelernt. Beamen sie sich hoch, Kirk verhängt Quarantäne über Delta Theta 3 und er sagt dann, er findet es interessant, dass dieses Energiewesen, das Sternensystem hier als anthropologisches Laboratorium verwendet. Beinahe wie ein Gott. Und im Vergleich zu dem sind wir alle Kinder oder Egglings, Eierlinge, Eierlinge, wie Bam meint. Und Simon, ich habe ein wenig das Gefühl, dass die Autoren von The Next Generation die Idee für diese unsichtbaren Beobachtungsposten aus Watchers, wo dann einer rausfällt und dann halten die PK für Gott. Ich habe das Gefühl, da hat irgendjemand Bam geguckt und hat sich gesagt, jetzt machen wir daraus nochmal was anderes aus diesen Grundideen, die mir hier serviert werden. Möglich? Was war das? Kann schon sein. Möglich, 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 möglich. Könnte schon sein, warum nicht? Gut, diese Prime Directive, das ist ja das Beobachten von so einem Volk und was passiert, wenn das irgendwie dann schief geht und das ist ja, gibt es ja schon länger durchaus, diese ganzen Storys und so. Auch das, dass dann halt weiterentwickelte Wesen so einen göttlichen Anstrich bekommen, aus Sicht der Eingeborenen. Das ist ja durchaus ein Thema, was wir schon häufiger hatten und was auch in der Science Fiction schon häufiger da war. Also von daher, ja, aber es kann, es kann schon sein, dass es sind ja, wir hatten ja auch schon andere Beispiele. Klar, die Autoren kannten ja Star Trek und haben sich natürlich die alte Serie vorangeguckt und haben sich auch die Zeichentrickserie angeguckt und sicherlich auch mit David Gerrard mal gesprochen und mit den ganzen Protagonisten und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man sich so, Mensch, schaut euch doch mal an, was so in den alten Serien vorkam und schreibt euch mal einfach eine Liste an guten Ideen auf, die wir hier mit TNG halt nochmal aufgreifen und weiterentwickeln können. Absolut, kann absolut sein, ja. Genau. Jetzt ist aber auch irgendwie die Folge schon vorbei. Bam. Bam ist vorbei. Das Energiewesen nimmt nochmal Kontakt auf, um den aronitischen Segen über unsere Crew zu sprechen. Geht hin in Frieden. Ihr habt viel gelernt. Und dann kommt noch so ein seltsamer Satz am Ende. Seid stolz auf euch. Da habe ich gedacht, wofür jetzt? Warum? Ja, gut. Vorbei ist es. Vorbei ist es. Mein Lieber, würdest du deine Eindrücke zusammenfassen? Wie hat dir Bam gefallen? Tja, wie hat mir Bam gefallen? Also eine Folge, die ja den Star Trek Auftrag von Seek New Life and New Civilizations einfach mal erfüllt. Das haben wir ja nicht immer, aber hier haben wir das total. Mich hat Bam als Charakter schwer genervt. der ging mir sehr auf die Fackel vom ersten Moment an mit seiner ganzen Idiotie, ehrlich gesagt. Und dann war es noch wohl so, dass diese Handlung eigentlich nur Bam und diese Eingeborene und die Prüfung von Kirk beinhalten sollte. Und dann öffnete sich die Bürotür von David Gerrard. Gene Roddenberry kam rein und sagte, hier bau mal noch so ein gottähnliches Wesen ein. Oh. Das hat der Folge nicht auch noch besonders gut getan. Tja, wir haben dann diese, so zwei anthropologische Untersuchungen. Bam mit Kirk. Ja. Und drei eigentlich. Bam mit Kirk. Kirk und die Crew gucken sich die Eingeborenen an und aber auch das gottähnliche Wesen guckt sich alles an und auch die Eingeborenen. Und diese zwei bis drei anthropologischen Experimente kollidieren mit Volldampf. Und dann sagt es einmal Puff und überall liegt Konfetti und daraus entsteht dann irgendwie diese Geschichte. Und ich bin nicht so besonderlich begeistert von der ganzen Folge, wie du jetzt vielleicht hörst. Ich bin, ich finde es jetzt auch kein totaler Reinfall, aber auch eigentlich, ich tue mich auch gerade schwer damit zu sagen, die war Durchschnitt, weil ich fand es auch für Durchschnitt war sie für mich auch noch nicht gut genug. Eigentlich gebe ich eher so den Daumen so schräg nach unten, aber das machen wir ja nicht. Ich muss mich entscheiden. Simon, kannst du mir entscheiden, kannst du mir helfen, mich zu entscheiden, ob der Daumen quer oder runter geht? Mir hat die Folge eigentlich nicht gefallen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass, wie du das so schön auf den Punkt gebracht hast, dass da irgendwie eine Geschichte zu viel drin war. Und vor allen Dingen dieses göttliche Wesen, dass irgendwie dann so eine, ja weiß ich nicht, so einen eingeborenen Volk beschützt und so, das ist auch das, das ist nichts Neues irgendwie, weiß ja das, es ist einfach schwer, diese beiden Punkte zusammenzubringen am Ende der Folge, ja, dass das irgendwie funktioniert. Und dann war die Folge auch noch, trotz dieser irgendwie Ernsthaftigkeit, frohgradig albern. also diese, diese, diese Anima, ich fand das einfach, das sah einfach mega albern aus, also dieser Bam, der sich in zwei Teile geteilt hat, ja, also da habe ich irgendwie keine guten Assoziationen einfach mit gehabt, ne. Kirk verhält sich dumm in der Episode, muss immer von anderen gesagt kriegen, was er als nächstes tun muss, so, ne, sonst ist der völlig hilflos. Und so bleibt eigentlich nur diese Uhura-Szene, fand ich halt gut, und ansonsten fand ich die Folge überfrachtet. Also für mich ist das keine gute Folge gewesen. Hilft dir das? Das hilft mir sehr, weil das, was du sagst und auch die Art und Weise, wie wir uns, ich finde, wir haben uns diese Woche ein bisschen abgearbeitet an der Folge. Es war anstrengend, dieser Folge zu folgen und darüber zu reden. Und Star Trek ist nicht dazu da, um mich anzustrengen. Star Trek ist dazu da, um mich ein bisschen abzuholen auch. Das hat die Folge voll nicht gemacht. Ich fühle mich dazu aus. Ich fühle mich so ein bisschen wühle jetzt, jetzt wo du sagst irgendwie. Simon findet sich so ein bisschen. Also du hast mich zum Kippen gebracht, mein Daumen geht nach unten, Simon. Ja. Diese Woche. Da werde ich mich dann wohl anschließen, ne? Nee. Ich versuche noch irgendwie zu, ich habe deutlich bessere Folgen gesehen. Ja. Von bezeichnenden Serien. Also von daher. Ja, schade. Belassen wir es dabei. Auch bei mir, ne? Schade, ja. David Gerrold, gerade David Gerrold, jemand auf den wir große Hoffnungen eigentlich sonst legen, wenn wir den Namen lesen. Wie gesagt, ich weiß, ich weiß auch glaube ich, was der vorhatte, ne? Mit der Folge, also wo der hinwollte, aber ist halt einfach gescheitert. Ja. Vielleicht haben wir ja nächste Woche mehr Glück, Simon. Wenn es heißt The Practical Joker. Ja. Oder aber auch Wüste Scherze. Wunderbarer Titel. Richtig gut. Wüste Scherze oder Das lachende Ungeheuer. Ja. Beide eigentlich super Titel. Wüste Scherze finde ich noch ein bisschen besser, ja? Weil das sagt man heute gar nicht mehr so, ne? Nee. Wüste Scherze, aber jeder weiß irgendwie, was gemeint ist. Man sollte auch viel häufiger Leute mal auf der Straße so als Wüstling bezeichnen, finde ich. Das ist auch so ein geiles Wort. Sie Wüstlingen sie. Toll, ja. Toll. Ja, das war's. Ja, ihr Lieben. Genau, das war's. Vielen euch, vielen, vielen euch da draußen, Dank beim Zuhören. Ihr wisst schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei den Wüsten Scherzen, die wir dann machen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich euer Feedback hinterlassen in unseren Kanälen. Ihr kennt's, ich sag's jetzt nochmal, schön den Refrain. www.trek-am-dienstag.de Da ist unser Blog, da könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns antwittern, auch attrek-am-Dienstag oder unsere Kanäle, ihr findet die heute alle, würden uns sehr freuen über euer Feedback, über Bewertungen auf den einzelnen Portalen und Podcatchern. Und jetzt hat der Sebastian auch noch was zu sagen. Nee, ich hab nur so geguckt. Du hast ja den Mund so aufgemacht. Ja. Achso. Ich hab mich einfach gefreut. Ich war auf so eine Taste gekommen und da war eine lustige Sache hier passiert in meinem Bildschirm und da hab ich so gemacht. Aber egal. Ja, also auch von mir, danke. Also, boah, diese Folge hat mich echt mitgenommen, jetzt muss ich mal sagen. Das war jetzt nicht so einfach, sich das zu erarbeiten. Aber trotzdem was. Emotional völlig fertig. Ja, nee, das jetzt nicht. Aber ich mach mir, ich muss jetzt, glaube ich, erst mal eine Kanne schwarzen Tee kochen nach dem, nach dem heute. Und ich brauch das, glaube ich, auch jetzt. Ja, genau. So ein schön schwarz war so ein Käffchen noch. Schön aus der Maschine. Hol ich mir jetzt gleich. Ja. Gut, ihr Lieben. Aber mit dir war es wieder schön. Ja. Und mit euch da draußen sowieso. 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 Also, wir hören uns wieder nächste Woche. Wir hören uns wieder. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Und hört auch in unsere Kollegen rein von den besten Podcasts der Welt. Genau. Nicht vergessen. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Track am Dienstag 2019 Produktion.